Und Leute, kennt ihr dieses Spiel noch? Hillclamp Racing 1. Boah, das Spiel ist so alt schon. Ich dachte mal, ich spiele es mal ein bisschen, weil ich habe das letzte Mal das gespielt, da war ich glaube ich 14 ungefähr. Und vielleicht hat sich ja was verändert in diesen Jahren. Hat sich vielleicht das Spiel ein bisschen verbessert oder so, weil früher habe ich das Spiel ja nicht geliebt und gesuchtet. Und mal gucken, ob hier ein bisschen was Neues dazugekommen ist. Okay, dann gehen wir auf Start. Und fahren ein bisschen hier los. Doch, ey doch, jetzt sieht ein bisschen was verändert. Irgendwie sind die Münzen, ne, die Münzen sind glaube ich gleich aus. Die Dings, doch ne, die Münzen sehen anders aus. Und das sind jetzt Diamanten. Und ich glaube, ich glaube, das sieht ein bisschen anders aus als früher. Die Grafik, meine allgemeine Grafik. Nein! So, können wir irgendwas upgraden? Ich habe 6000 äh, graden wir mal den Motor ab. Ich habe noch 2000, der bekommt, wenn ich mache. Machen wir mal weiter. Guck mal, wie weit ich komme. Und wie weit seid ihr eigentlich gekommen? Äh, ne, also wie viel, wie weit seid ihr gekommen? Weil, ich glaube, das höchste, was ich auch kack. So, dann grade ich jetzt mal, äh, die Reifen ab. Die optimierten Reifen verleihen dem Fahrzeug eine verbesserte Bodenhaftung und eine bessere Kraftübertragung auf den Untergrund. Okay, dann müsste das nicht so schnell, vielleicht nicht so schnell umkippen. Oh nein, ach komm schon. Alter, wie du knickst da immer wieder um. Erster Hügel. Guck, ich hatte eine Schiefe vergeschaltet. So, ich habe jetzt 8550. Ich kann mir jetzt ein paar Sachen holen. Dann, ja, hole ich meine Federung erst mal. Äh, was macht das nochmal? Durch die Optimierung, das Alras antritt, wird die Bodenhaftung und die Fahrzeugsteuerung verbessert. Was nennt man das? Oh, jetzt hab ich kein Geld mehr. Okay, machen wir weiter. Mal gucken, ob ich jetzt nicht so leicht umknicke, weil ich bin nicht weiter als, ja, 100 Meter kommen, bevor ich umknickt bin irgendwie, die ganze Zeit. Und jetzt, ja, also jetzt, äh, ja. Nein, oh komm schon. Ich war bei 650, als ob ich der jetzt daran verreckt, oder? Nein, ich möchte mir immer noch kein Video angucken. Geh mal weg damit, bitte. Was müssen wir uns machen? Ich gucke mir kurz die Fahrzeuge an, mal gucken, ob sich etwas verändert hat. Das Motocross, nee, das ist gleich. Auch gleich, auch gleich, gleich geblieben. Nichts Neues. Äh, das weiß ich nicht wirklich. Ich glaube, das gab es auch vorher schon. Das auf jeden Fall auch, weil ich das hatte. Das weiß ich nicht mehr. Das gab es, das gab es auch. Das weiß ich. Nee, ich glaube, das ist neu. Glaube ich. Das weiß ich auch nicht. Das gab es, glaube ich. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist alles neu. Oder? Ich glaube, das ist neu. Das ist neu. Warte mal, Stufen. Gibt es hier was? Gibt es Neues? Das glaubst du, das gab es, das gab es auch. Das hier auch, auch, auch. Mond war einfach, da konnte man einfach Geld fahren ohne Ende. Gab es auch, auch, auch. War auch schon da, war auch schon da. Das hier auch, auch. Das ist neu, glaube ich. Das hier, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, wirklich. Ich glaube, das ist neu. Das gab es. Boah, ich weiß eigentlich gar nicht so genau. Ich, uff. Boah, so viel hatte ich eigentlich gar nicht. Okay, äh. Das ist okay, das war, also, das ist eigentlich, das kenne ich alles nicht. Aber ich kann, nein, ich will mir nichts kaufen. Ich muss wieder von Anfang zurück. Moment. Zum Anfang zurück. Also, es sind ganz viele Maps hier. So. Ähm. Aber ich muss wieder das andere aussuchen. Moment. So, ich kann wieder upgraden. Oh. Stopp, nein. Zurück. Zurück, äh. Ich möchte upgraden hier. Oh, das kann ich sogar gratis bekommen. Cool. Okay. Schauen wir trotzdem eine Werbung an. Egal. So, wäre vorbei. Jetzt habe ich aber eins kostenlos bekommen. Ich habe nur 27.000 übrig. Also, ich kann mir noch irgendwas holen. Äh. Was soll ich denn? Federung oder Reifen? Na, ich hole mir erstmal Reifen. Okay, dann muss ich wieder anfangen. Sparen. Mal gucken, ob ich die 800 wieder schaffe. Okay. Ich glaube, das reicht doch erstmal. Also, ich wollte dann noch gucken, wie das Spiel allgemein ist und wie hat irgendwie, ob es sich verändert oder nicht. Aber ich merke keinen so großen Unterschied. Ich glaube, das ist Overlay sieht anders aus. Und da sind ein paar Fahrzeuge dazu gekommen. Und sonst glaube ich nichts. Und der Shop ist glaube ich neu. Ich glaube, vorher war da kein Shop. Egal. Sag ich mal, soll ich das noch weitermachen? Weil hier gibt es noch andere Fahrzeuge und halt noch andere Welten, die man spielen kann. Schreibt es dann in die Kommentare, wenn ihr davon nochmal sehen wollt. Und dann sehen wir uns in irgendeinem anderes Video. Dann schön büß. Hey, du da. Du hast was ganz Wichtiges vergessen. Das Abo. Du hast was ganz Wichtiges vergessen.